Ich hab's schon gehört, hab's schon gesehen, wie die Leute da Schlange stehen. Das Produkt ist neu und heiß und es kann, was keiner weiß. Du, ich glaub, wir gehen da hin, kaufen uns auch dieses Ding. Denn wofür ist einerlei? Weil es ist ja der letzte Schrei. Was, was ich wusste, ist, ist was Kana, aber sicher wieder was von Japaner. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Mischmaschinen zum Häuselbauen. So wir haben's, stellen's auf den Tisch hin, mit dem Nippon, jetzt haben wir gewiss ihn. Und den Schalter, den Stell auf Ohn, denn sonst hören wir keinen Ton. Was, was ich wusste, ist, ist was Kana, aber sicher wieder was von den Japanern. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Mischmaschinen zum Häuselbauen. Jetzt was zau'n und lass uns schauen, ich glaub, das Vieh hat ein Nasenbuss vor Augen. Schau, wie's wunkelt, schau, wie's gewirrt, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Was, was ich wusste, ist, ist was Kana, aber sicher wieder was von den Japanern. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Jodelautomat mit blauen Augen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist kein Fernsehapparat zum einischauen. Es ist kein Radio, es ist kein Video, es ist ein Jodelautomat mit blauen Augen. Es ist ein Jodelautomat mit blauen Augen.